Let's Play Channel! Ey! Let's Plays für alle! So lang, bis ich umfalle. Und dann noch weiter. Genau. Ich hab gepust. Spielt auch mit. Ritter der Eigel spielt auch mit. Okay. Okay, okay. Alex 66. Okay. Alter, wie kann man sich nur so krank nennen? Ich weiß es nicht, Freunde. Ich weiß es nicht. Tja, tja, ich weiß es nicht. Oh mein Gott, ich hab schon was freigeschaltet. Oh, 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 oh. Kohlenstofffaser und Kirschblüte. Dann fehlt mir nur noch Blutrünstig. Oder, nein, das heißt ja, Kampfkunst. Ho, ho, ho. Kampfkunst. Dann bin ich was Besonderes. Oder auch nicht. Tja, Freunde, das werden wir dann sehen. Nach der Werbung. Du, 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 du. Guten Tag. Möchten Sie etwas kaufen? Alter, Boosty Boost verpiss dich. Sag der richtige. Low, Bob. Nicht mal schreiben kannst du. Nicht mal schreiben, du, Bob. Ach so. Okay. Die Werbung war ja noch gar nicht zu Ende. Oh, sorry, tut mir leid. Dann lassen wir die Werbung nochmal ablaufen. Okay. Nach der Werbung sehen wir uns wieder. Hallo. Möchten Sie etwas Kohlrabi-Suppe? Ja, gib doch her damit. Wie viel kostet der Scheiß? 3,50. Alter, willst du mich verarschen? Du Hurensohn. So ein Fraß fresse ich nicht. Aber, der schmeckt ganz gut. Alter, willst du mich verarschen? 3,50. Das kannst du dir in den Arsch schieben. Lernen lesen, lernen schreiben, lernen mit Menschen umzugehen. BTBD. Der volkseigen, ja, der volkseigene Hersteller für Gefühle. Nur 99,99 Euro. Greifen Sie jetzt zu und erhalten Sie kostenlos im Sonderpack eine Gefühlspuppe. Kostenlos und gratis dazu. Rufen Sie jetzt an unter der 03777-888-593-79876. Und Sie bekommen gratis 3 dreckige Drecksnoobs kostenlos und umsonst dazu. Rufen Sie gleich an. Nur jetzt. BTBDB. Rufen Sie an. Hier gibt es volkseigene Gefühle. Okay, die Werbung ist Gott sei Dank vorbei. Immer diese scheiß Werbung. Kann man ja nur ausrasten. Alter, du Lappen. Laber mich nicht voll. Lern erst mal deutsche Rechtschreibung. Du kleiner Kitty Bastard Junge. Bist du, oder? Was bist du denn? Na, das weiß er selber nicht. Okay, 2, 3. Was heißt du? Das steht fest. Haha. Das hat ja auch was mit Rechtschreibung zu tun. Kills? Ja, ja. Hm. Klar. Hast du nicht mal ein Mikrofon, du kleiner Kacklappen? Da kannst du ja nicht mal ein Mikrofon leisten. Du kannst ja nicht mal ein Gaming Headset leisten, du Lappen. Leiste dir erst mal ein Gaming Headset. Wie geht? Wie geht? Wieso sollte ich das so einem Lappen wie dir sagen? Damit du die ganzen Lobbys hier voll spammst mit deiner dummen Stimme oder was? Alter, hältst du mal deine Fresse, ja? Nein, wieso sollte ich? Hast du noch nie was... Ja, weil du hier, weiß ich was für Scheiße, Lappen hast. Komm, was laberst du denn, Alter? Du beleidigst hier nur die Leute. Das geht ja mal gar nicht. Ey, habt ihr auch irgendwie das Gefühl, dass die Jugend immer dümmer wird? Haha, du kannst ja nicht mal Deutsch sprechen. Geh erst mal in die Grundschule, Junge. Haha. Okay. Ja, los. Oder Psychiatrie, die ist genauso gut. Die wird dir auch helfen. Bei deinen kleinen Problemen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Bist du düm? Bist du düm? Bist du düm? Bist du dürüm, Junge? Bist du dürüm? So sprichst du. So sprichst du. Äh, wie kann man hier Leute muten? Ich mute jetzt mal den Bastard. Ich mute immer deine Mutter als erstes. Und dann mute ich dich auch. Kacke, Alter. Wenn man mit solchen Lappen hier in einem Team ist, dann weiß man ja, dass man schlecht ist. So ein Drecks-Team, Alter. Nur so Lappen. Haha. Twipple Kill. Oh ne, die sind aber schlecht heute. Noobs im Sonderangebot. Haha. Geil. Noobs im Sonderangebot. Noobs, 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 Noobs im Sonderangebot. Wo sind sie denn jetzt alle? Dö, 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 dö. Hinter mir. Das war mir klar. Die kommen immer von vorne oder von hinten. Ha, jetzt sind's alle rausgequittet. Haha. Haha. Geil. Endlich. Endlich mal Ruhe vor den Low-Bobs. Na, wenigstens sind sie jetzt alle rausgequittet, die Bastarde. Diese kleinen, verlogenen, Noobs. Gott sei Dank, ey. Okay, zwei Noobs sind noch im Gegner-Team. Uh. Skill war das. Das war Skill. Was bist du denn für ein Lappen, Lappen? Hallo, hallo, irgendwo ein Deutscher hier. Ein Deutscher in der Lobby. Hallo, hallo. Haha, ein Deutscher? Kann ich schon ein Deutscher hören? Hallo, hallo. Irgendwo ein Tropskopf, hallo. Kann ich ein Tropskopf hören? Hallo. Hallo. Full sport, you're mort. Hahaha. Mort, mort, mort. Mort, mort, mort. Geh mal auch raus, komm. Das tun wir uns nicht an. Diese Dummheit müssen wir nicht ertragen, Freunde. Hallo. Kann ich ein, äh, ja. Kann ich ein Tropskopf hören? Hallo. 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 Oh mein Gott. Einfach nur noch grauenvoll. Hallo, hallo. Könnt ihr mich hören? Kann ich ein Tropskopf hören? Hallo. 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 Hallo, 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 hallo. Kann ich ein Tropskopf hören? Hallo. Hallo. Kann ich ein Tropskopf hören? Hallo. Hallo. Und tschüss. Hallo. 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 Tag. Nacht. abend morgen ja da hätten wir jetzt die begrüßung auch mal durch gut zu wissen quickscope kann ich auch nicht das wissen wir jetzt auch sonst noch was was wir irgendwie wissen müssen nö guter spieler ist auch mit dabei gute spieler gibt es ja nicht da muss man sich dann schon so nennen anders geht es ja nicht und es leckt 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 immer wieder und es leckt 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 immer wieder und es leckt 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 immer wieder und es leckt und ich sag es ist so ein scheiß tag lalalalala was willst du denn lappen lalalalala es ist so ein scheiß tag immer diese lecks leck 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 immer diese tracks lecks und diese scheiß kacke die regt mich nur noch auf ich drehe nicht auf der fuken hallo hallo bis dann deutscher bis dann deutscher hallo bis dann deutscher 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 und deutschland da ganz schön deutschland 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 ein landau russland schwein hier ganz so sehr mensch jahre oh man die mögen keinen spaß du du ach man das leckt mir zu sehr soll ich rausgehen das tun wir uns nicht an das tun wir uns nicht an freunde das tun wir uns nicht an das ist so freunde wer hat mich denn da eingeladen da waren so viele los ok na da hast recht warte wir laden mal ach komm pech gehabt gaza pech gehabt let's play channel ey let's play's für alle ja dies Untertitelung des ZDF, 2020